Ja, das Balancing mit dem nächsten Update wird nicht besser, aber ich denke mal roter und schlechtes Karma dann auch. Wir nehmen die C dann gerne. 3er Kill, 3er Kill. Was? Gehen alle raus? Wir haben einen Treffer bekommen, gehen alle raus? Ach komm. Ah, den sind 10er durch Ersschlag. Den Warlock raus, den bin ich ja nie, 15 spielen nicht. Pass auf, hinter uns. Und jetzt kriege ich es halt sofort. Ey, 3 mal haben die 122 Schaden gekriegt von der ersten Granate, dann habe ich noch einer. Und die gehen einfach alle raus. Das hatte ich auch noch nie. Ach komm ey, was ist das für ein Aiming? Schon vorhin auch mit der Dorn irgendwie 15 Schuss in Folge daneben gesammelt. Ja, das stimmt. Und du brauchst 4 Bursts auf dem Kopf. Ich brauch auf jeden Fall viel Munition. Nee, hier Panzerbrechen da. Benutzen wir. Ach komm jetzt. Alter, wie schlecht ich bin. Wer schießt denn auf mich? Ich will ja einen A. Ich hänge hier irgendwie fest. Ja, super. Von 2 Stellen. Alter, jetzt habe ich bestimmt in Folge 15 Schuss abgehoben und nicht einen getroffen. Wenn wir das Sniper. Das muss man halt auch erst mal mit ihm. Das ist eigentlich schon das Video an sich wert. Ja, ich versuche halt auch gerade massiv durch die Wand zu schieben. Ihr habt Zone EC eingenommen. Vielleicht drifst du ja mal da einen. Weißt? Kornoswerk fand ich das ganz gut. Aber hier ist es irgendwie ein bisschen mapslos. Alter. Ja, jetzt hat halt nichts mehr. Danke. Hinter uns, hinter uns. Ich brauch Backup. Ich sterb hier gleich wieder. Was ist denn der? Was ist denn der? Hey, hinter uns? Was ist das? Was macht denn mein Radar? Das zeigt mir vorne rechts an. Und dann stehen sie direkt hinter mir. What the fuck? Das Radar kannst du dich so nicht drauf verlassen einfach. Du musst echt mit Headset spielen, dass du... Schaltzaun das. Nein, ich mich jetzt wieder killen, wenn ich schwere komme. Ja, ich kotze dich wirklich ab. Ja, ich kann noch nichts machen. Wir sind schon mit zwei Leute. Ist der irgendwo. Ja, lol. Facker, dass du schießt. Ja, die haben die anderen auch noch nicht genommen. Ah, fuck. Wenn da ist es schnell gewesen, dann hätten wir direkt die Raketen drauf fallen können. Und dann 10 Raketen mehr. Tatsächlich. Aber ich spiele auch grad nicht gut. Ich werde schon wieder nicht spawnen. Doch jetzt. Ich versuche ja grad... Ey, wie viel Headshot soll ich denn noch machen? Ey, wie viel Headshot soll ich denn noch machen? Ja, Schwierassist. Ja, da gibt's kaum einmal. Kann ich da sein, ey. Hier war nix. Ja, jetzt kommt er von da auch noch, ey. Ich geh halt weg, um zu generieren. Da kommt er halt genau von der anderen Seite auch noch nicht in mir. Das ist ein Spiel, ey. Ja, geil. Ich will doch nur mal einen durch die Wand killen. Komm schon. Ey, ich hab halt nichts mit dem, mit dem Snyder-Lock. Das müssen wir sie wechseln. Dann ist es überhaupt nicht meins. Alter, ich spiele, was ist denn da los gerade? Ey, tausend Punkte, Mann. Ich kann nicht einmal treffen. Er läuft einfach von mir her und ich kräfte nicht ein einziges Mal, ey. Das ist ein Bullshit. Ich hab hier keinen Schaden von meiner Granate. Spiel ich überhaupt mit hier? Bin ich überhaupt da? Ich weiß nicht, ob das überhaupt gewertet wird, dass ich hier in dem Spiel drin bin. Vielleicht ist das einfach ruhig. Ich mach das super bei A. Na, wenigstens das hab ich geschafft. Zone 10 neutralisiert. Zone A erobert. Oh, Munition. Ich schieße zu viel. Einmal hier oben kann man doch irgendwie da rüber snipen. Hab ich mal irgendwo in dem Video gesehen. Schwere Munition kommt. Ah, jetzt bin ich schwere schon mal. Ja, er macht das. Jemand ist sofort bei A. Wenn man sie nicht killen, holt es immer. Du hast schwere Munition. Jetzt killt mich der Level 10 Typ fast. Wieso? Mag ich jetzt das nicht mehr so gut. Wieso? Das war noch einmal. Was willst du machen? Oh nein. Oh, ich habe gerade beide unsere Super-Gleichsgedacht und wir haben beide mal einen Frack gemacht. Na endlich mal. Jetzt sind wir 10er-Kill-Sale, what the fuck man. Da kommen gerade drei Leute. Was haben wir denn jetzt mal? Alter, ich bin so low geschossen. Warte, ich komme. Warte, das ist ja ein Gegner. Das war für mich blöd ey. Ich dachte, das wäre unsere Bubble. Ja lol. Ich habe nämlich keine Energie mehr. Irgendwann gehe ich mal schnell in die Bubble. Und dann habe ich gemerkt, dass sie mir geht. Dann halt nicht. Oh, ich habe schon wieder Milizonsverbrauch für die Sniper. Und dann habe ich einen gescheiden Kill damit gemacht. Das ist gleich schon mal. Und dann schon wieder. Du hast den Gegner wohl unterschätzt. Ah, mein Aiming heute. Das ist einfach nicht. Das kann man nicht ertragen. Das kann man nicht ertragen. Das kann man nicht ertragen. Das ist jenseits für mich und böse echt. Ich weiß, dass du noch mehr kannst. Auf ein neues. Alter, ich will jetzt 1 Kill durch die Wand machen. Scheiß auf Battlefield. Ach komm. Das ganze Spiel nicht 1 Kill mit dem Sniper. So ein bisschen durch einen kleinen Stein oder so. Nichts. Alter, ich ertrage sowas nicht. 2.38. Ich bin ungefähr 15 Mal voll gestorben am Anfang. Ich kann nicht ein 2.38 haben. Guck mal, wir haben Level 14 im Spiel. Ja, nice one. Nur St. Gallo. No.